es ist immer schön ich kenne das gefühl man liebt reisen egal ob es nur ein ausflug ist oder oder eine große reise man mama aber man freut sich hat eben immer dann wieder zu hause in sein zimmer zu sein das ist immer noch das beste hey liebling dein direktor hat mir eine e mail geschickt er sorgt sich um deine einstellung und ein verhalten dass du nicht dorthin passt und dich in deinem zimmer versteckst ich weiß es ist hart von zu hause vor zu sein selbst wenn du jetzt erwachsen bist aber du bist dort um die welt mit einer kamera zu verändern bitte ruf mich bald an damit wir reden können wir vermissen dich mama ach ja ich schäme mich dazu gar nichts also ganz ehrlich mama liebe ist einfach ja das ist einfach so so max zimmer jetzt an ah hier ist der spiegel ok ich bin nämlich immer so fixiert auf die fotos aber zuerst einmal die notiz was ist das hier warren even left me a little message with this flash drive he's such a goofball ach ja an max an max oder alle die es interessiert der filmische inhalt dieses usb sticks ist von grausamer lebensveränder und kontroverser natur diese sammlung wurde mit äußerster sorgfalt und für den anspruchsvollsten zuschauer heruntergeladen ich gratuliere dir zu deinem geschmack und erwarte mit spannung deine bewertung von cannibal holocaust und ultra wixens peace warren graham geil also finde ich schon lustig teddy bär auch süßt jetzt sogar noch ein teddy bär obwohl mit dem alter naja naja wenn sein muss ich meine ich habe nichts dagegen ahoy captain at least i know you've got my back when I swallowed your eye and my parents rushed me to the er I knew we were bonded forever hm das ist wahrscheinlich schon seit ihrer geburt oder so das hat ja bestimmt auch jeder oder seit seiner geburt irgendein kuscheltier ob es jetzt ja ein hase oder ein teddy bär ist oder sonst irgendetwas hat doch bestimmt jeder oder mal gehabt naja Fotos ach du scheiße wie viele fotos hatten die bitte hier das ist ja unfassbar der hat schon echt viele fotos gemacht im max warte mal abzählen nee das mache ich jetzt nicht mache ich dann wenn ich dir die die aufnahme selbst anschaue dann kann ich pause drücken und dann selbst erzählen naja aber so ist es eigentlich ein geist zimmer ich hätte auch so ganz zimmer ganz ehrlich da hinten hat sie sogar noch ein laptop und so weiter schöne fenster geiles zimmer und ganz ehrlich so groß ist eigentlich mein zimmer auch ja genau so groß ist eigentlich auch circa mein zimmer hey moment mal macht ihr mich eigentlich nach mein bett steht auch genau da ich habe vielleicht jetzt nicht fotos da auf der wand aber auf meiner wand steht hier zum beispiel ein weißer satz äh der schlüssel zur vergangenheit ist das tor der zukunft ja also das habe ich von haus anubis weiß es jemand äh mal geschaut hat die serie fand ich ziemlich cool war ich auch ein richtiger fan davon und ja aber ich habe jetzt keine fotos oder so aber nur ein spruch und hier ist mein bett und genau da drüben ist auch mein pc wo ich jetzt hier gerade sitze und aufnehme das ist ja unfassbar max das ist ja das kann ich verstehen bett hinlegen machen wir gleich ich werde ja noch alles erkunden ach schön das ist also ihre beste freundin ach deswegen sagt sie auch zu ihrem teddy bear auch captain ach der hat früher wo sie noch kind war hat sie gerne piraten gespielt ah ok ja ich bin halt eben einfach ein nerd und ein geek ich mache gerne seine geräusche oder beim auto zum beispiel naja egal kunstbücher cardia bresson doino hamilton the greatest yeah that's the only tourist picture i let them take of me the space needle a space needle das ähm äh eine sehenswürdigkeit von seattle ja da gibt es ja auch diesen turm in seattle ne ist das ein fernsehturm wie bei uns in berlin oder ist das äh da gibt es auf jeden fall einen turm ihr wisst was ich meine sieht aus dann so wie ein ufo oben na so ist so ähnliche da was a good hockey game in a great fight mja sie ist eishockey und da war ja sie mit ihrem vater genau man christin und fernando war so drunk hanging on the fremont troll und das stimmt auch ich glaube unter irgendeiner bestimmten brücke gibt es da irgendwie so eine art skulptur dingsbums ich muss auch einmal irgendwann einmal nach sie hätte schöne fotos auf jeden fall gefällt mir fotoalbum warte 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 hier können wir nichts kekse mhm mhm ich liebe dass die mom mir eine fatten box von chocolate coconut beitzen für mein jahr jahr und eine 200 dollar gift certificate sie weiß sicher wie wie eine schade jahr glücklich machen mhm halt eben die beste mama der welt ne wissen wir ja äh chocolate cookies war auch meine liebsten mhm lecker lecker ja ganz ehrlich das ist bei mir eigentlich auch so also ich ähm ziehe eigentlich auch sachen an und mir ist es scheißegal wenn jemand jetzt blöd schaut oder so das ist eigentlich völlig egal die sollen halt eben ruhig schauen und ich kann mich anziehen wie ich will wir leben in einer demokratie so jetzt aber mal weiter it's hard to believe i'm 18 now i'm lucky my parents enabled my photo habitat into adulthood mhm wer ist das keine ahnung ach das da hinten alles gute zum geburtstag maxine wir haben nie den tag deiner geburt oder dein erstes lächeln vergessen es war liebe auf den ersten blick heute ist ein besonderer tag wir vermissen dich sind aber sehr stolz dass du deinen träumen folgst wir leben dich mama und papa oh süß äh ja merkwürdiges post hast du hier max aber es ihre eltern sind ja wirklich sehr sehr nett und voll lieb das gefällt mir mhm erinnerungen erinnerungen buch ach sie hat sogar eine pflanze ich habe dich nicht vergessen ich habe dich nicht vergessen noch nicht noch nicht gießen ich bin ein wörter ich bin die schlimmste baby mama ich bin der schlimmste mamma schritte diese tat wird auch konsequenzen haben ok alles klar ach da draußen sieht man jetzt den logan und den anderen, ich glaube, Sahahi oder irgendwie so heißt er, Fensterkümmer. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Looks like Dana left me a little post-it note. Hey, ich hab mir deinen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. Ach so, die Dana hat ihn. Okay. Ja, warte gleich. Daniel, schnelle Skizze meiner neuen Muße. Ah, aber der kann echt gut zeichnen, verdammt. Wow. Geil. Ihre Facebook-Seite oder so, keine Ahnung. Ach, die hat auch Chrome, die Max, ne? Das merkt man, Chrome. Chrome bleibt einfach das Beste, muss man einfach sagen. Ich bin so attraktiv zu dieser Sicht. Schau an diese vintagene Beutaten. Lauren macht mich schlafen. Es ist schön, dass ich hier schon einen echten Freund gemacht habe. Ah, ja, genau. Camcorder. Genau, so eine Camcorder. Das interessiere ich mich. Weil ich wollte nämlich, ich will nämlich irgendwann einmal so einen Webcorder halt eben kaufen, wo ich Nachtsicht auch einschalten kann, falls ich mal im Wald bin oder so. Und mich keiner entdecken will. Äh, ja. Naja. Warren Graham, bla 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 bla. Max, danke für deine Mail und die Kopien deiner Notizen aus Jeffensons Unterricht. Ich werde nie aufhören, dich mit Dankebezeichnungen, äh, Bezeugungen zu überschütten. Ich habe auch eine recht vielseitige Sammlung an TV-Serien, Kultklassikern und abgefahrenen Filmen auf einem fetten USB-Stick, falls du sie dir ansehen willst. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich bin eher Wissenschaftler als Künstler. Kannst du mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Bis bald, Warren G. Also das weiß ich eigentlich auch gerade noch, wie eine Kamera funktioniert. Also zumindest eine Digitalkamera. Naja, das ist eigentlich Standard. Da kenne ich mich eigentlich gerade noch aus. Aber ey, das musst du ja auch erst einmal können, ne? Ich habe eigentlich fast gar nichts mit so Kameras zu tun. Musik inspiriert mich auch. Und, äh, so, das ist, das inspiriert uns eigentlich allen, ne? Jeder hat jetzt seine verschiedene Geschmäcker und das so, ja, aber... Musik ist einfach das Leben heutzutage. Naja, mal hören, was im Radio läuft. Und, äh, so, ja, so, ja, so, ja, so, ja. Ich bin bizarr und es fühlt sich, wie es immer wieder geht. Vielleicht werde ich jetzt wachsen und herausfinden, ob ich alles davon träumte. Oder wie Po sagte, ein Traum in einem Traum. Ach, hier einfach mal so schön im Bett legen, das kenne ich. Und einfach mal Musik hören und die Welt abschalten. Das sind genau die Soundstreaks, die ich jetzt an so als CD auch bekommen habe, ne? Wer die Limited Edition von Life is Strange kauft, da kann diese Lieder abhören. Crosses ist ja auch ein geiles Lied, Alter. Schön zu entspannen halt eben. Ah, jetzt lächelt sie wieder, die Max. Oh. Das freut mich. So, aber jetzt wieder aufhören, bitte. Hä? Überspringen, aufhören. Wow, das dauert doch nur zwei Sekunden, da bräuchte ich das nicht überspringen. Unfassbar. So, eine Schublade, jetzt haben wir schon alles erkundet, oder? Nee, Fotoalbum müssen wir ja noch lesen. Genau. Ähm, und das war's? Ich dachte, wir können jetzt selbst hier reinschauen, na super. Naja, dazu hat ihm ein bisschen gelesen. So, jetzt haben wir eigentlich alles erkundet, ne? Wir könnten theoretisch jetzt noch, äh... Ah, Gitarre spielen. Komm, das probieren wir noch schnell aus. Na, da, 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 da. Man muss schon sagen, Max hat eigentlich schon mehrere Sachen drauf, ne? Die kann Gitarre spielen, die kann gut zeichnen. Na, na, zeichnen ja, ich glaub schon auch, aber... Fotografie vor allem Ding auch. Schön. Aber ich will jetzt ja nicht, ich hab das jetzt abgebrochen, ne? Wir wollen jetzt ja endlich weiter... Boah. Mein Stuhl knackst schon wieder. Okay, jetzt haben wir... Ah, siehst du da? Mhm, sofort Bildaufnahmen. Sofortbildfirma, okay. Keine Ahnung, was das ist, aber... Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Da findet man in den kleinsten Ecken immer noch irgendwas. Das ist unglaublich. Und keine Sorge, ich vergesse jetzt an den Spiegel hier nicht. Ah, keep calm and carry on. Das haben ganz viele gern, dieses keep calm. Ist ja auch wirklich geil, muss man sagen. Und ja, die Lichter schalten wir jetzt nicht ab, weil es ist ja Tag. Sonst verbrauchen wir nur Strom. Und hier. Wenn ich noch älter schaue, bin ich einfach mehr stresst. Haha, das ist normal. Aber schon sieht man da sehr, 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 sehr jung aus. Sehr jung. Ja, klar. Halt dir die Fresse vor der Kamera, Alter. Da wird man dich super sehen. Na egal, rote Augen. Aha, Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Sehr geil. Das nächste Foto sind ganz viele Fotos. Aber das sind nicht Max ihre Fotos, ne? Die sind so in einer Reihe. Also 15, 15, 20, 30 Fototeile. Okay. Merken, 30 Fototeile. Ich muss es mir sowieso merken. Okay. Hoffentlich merke ich mir das jetzt an. Okay, damit hätten wir jetzt eigentlich alles erkundet. Und dann würde ich mal sagen, ne? Verlassen wir mal Max Raum. Ja. Aber das war ein Schmmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017